Wir kommen zum Fußball und zwar zur SG Vossenack-Hürtgen, heute auswärts angetreten beim Aufsteiger. Einen nicht unbekannten Aufsteiger, der in den letzten Wochen wirklich für Schlagzeilen geschrieben hat. Der SV Schwarz-Weiß-Hochum-Stammeln mit Philipp Sattler. Tim Krumpen mit seiner Mannschaft in den letzten Wochen im Aufwärtstrend. Wir sind gespannt, wie es heute beim Aufsteiger war in Hochum-Stammeln. Ich darf ihn begrüßen, zugeschaltet unterwegs noch nach Hause. Tim Krumpen, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Krumpen, die letzten Wochen hat Ihre Mannschaft ja schon Geschichte geschrieben. Am Anfang sah es ja wirklich so aus, Vossenack kommt unten aus dem Keller nicht heraus. Aber Sie haben mit Ihrer Mannschaft einiges umgestellt. In den letzten Wochen konnten wir das erkennen und dementsprechend immer ein Tor mehr geschossen, in der Regel wie der Gegner. Wie war es denn heute beim Aufsteiger in Hochum-Stammeln? Ja, heute war auch ein recht schwieriges Spiel, muss ich sagen. Hochum-Stammeln hat es gut gemacht. Wir sind die ersten 15 bis 20 Minuten eigentlich überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir wurden von Hochum gut angelaufen und vorne attackiert und haben selbst gar nicht wirklich so den Zugriff gefunden. Aber nach den 25 Minuten sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen. Wir haben angefangen, den Ball laufen zu lassen. Wir haben auch vorne mehr Druck entwickeln können, sodass wir einstanden nachher. Ja, war ein Spiel auf Augenhöhe, wo ich dann sage, in die zweite Hälfte der ersten Halbzeit gehörte dann uns. Die erste Halbzeit gehörte Hochum. Ja, und so ging es dann auch eigentlich mit dem gerechten Unentschieden in die Kabine. Ja, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit ein Tor durch unseren Torwart erzielt, der einen Abstoß geschossen hat. Der Ball zieht sich vor dem gegnerischen Torwart auf und ins Tor. Plus zwei Standard-Tore. Hinten dann gut gestanden. Zum Glück nur eins zugelassen. Und so das Spiel dann 3-2-1 gewonnen. Ja, Benno Schneider hat in der 47. Minute den Führungstreffer erzielt. Das hört man ja nicht jeden Tag. Sie schmunzeln, Sie kennen das ja aus Ihren Geschäften als Profi. Haben Sie das denn als Profi auch schon mal geschafft, was der Benno heute geschafft hat? Nein, und genau das ist das Lustige an der Sache, dass ich nah am Spiel zu ihm gegangen bin. Weil erstens hat er das Tor geschossen, zweitens hat er auch heute unglaublich gut gehalten. Und ich habe ihm gratuliert für beides. Und dann habe ich ihm dann auch noch gesagt, hör mal Benno, das habe ich in meiner ganzen Karriere nie geschafft. Du hast mir was voraus. Und ja, das ist eine Sache, die ich auch mal gern geschafft hätte, so ein Wort zu erzählen als Torwart. Das ist irgendwie was Besonderes. Ja, und das freut mich einfach für ihn. Er leitet damit den Sieg. Er ist seit Wochen in einer guten Form. Und ja, wir haben uns gefreut für ihn. Und das ist klasse, ja. Erlebt man, glaube ich, nur einmal als Vorwart in seiner Karriere. Wenn überhaupt. Aber nach dem Führungstreffer hat ja Hochem Stammeln, sag ich mal, ein bisschen mehr zugelegt. Der Torjäger, der Offensivtorjäger, unter anderem Andreas Schumacher, hat nach 60 Minuten ausgeglichen. Da hatten sie schon, sag ich mal, mit allen Händen und Füßen zu tun. Hochem Stammeln wurde ja immer stärker im Spiel. Ja, genau, ist so. Ich denke mal, so ein Ausgleichstreffer, der gibt dann auch auf den Gegner nochmal Aufwind. Und Hochem hat es auch versucht, hat er einfach gespielt. Da gibt es nichts, aber wir haben jetzt nichts mehr zugelassen. Was uns einfach wirklich in den letzten Wochen sehr auszeichnet. Und haben dann durch zwei Standard-Tore das Spiel im Endeffekt entschieden. Ja, und das ist einfach auch eine Qualität, die musst du mal haben. Hinten gut stehen und dann aus Standards eben das Spiel entscheiden. Und solche Siege nehme ich auch gerne mit, wenn es dann Fußballerisch vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei war. Aber es klappt drei, fünf Spielen, deshalb will ich mich darüber nicht beschweren. Ja, nicht beschweren. Ihr Bruder hat das 1 zu 2, das Führungstor gemacht in der 70. Und der Marvin wird es in der 73. direkt nachgelegt. Sie haben es angesprochen über Standard, dementsprechend zufrieden. Was haben Sie denn in den letzten Wochen mit Ihrer Mannschaft getan? Das Kollektiv verbessert oder haben Sie Ihre Mannschaftsaufstellung taktisch anders aufgestellt? Gut, das Erste, was ich mal sagen muss, der Teamgeist, der in dieser Mannschaft herrscht, der sucht seinesgleichen. Das muss ich wirklich sagen. Das war auch von Anfang an der Fall, dass ich wirklich sage, von der Vorbereitung an bis jetzt. Das ist einfach ein eingesporner Haufen. Und das zeichnet die Jungs auch aus. Und am Anfang war es einfach so, dass ich wollte, dass meine Jungs 6 hoch attackieren, den Gegner früh unter Druck setzen. Und so haben wir doch wirklich viele Tore kassiert, wodurch wir auch die ersten Spiele dann verloren haben. Danach haben wir uns gesagt, hört mal, so kann es nicht weitergehen. Vielleicht ist das gerade nicht so die erfolgreiche Art. Wir stellen uns einfach ein bisschen tiefer, verteidigen Kompakt, machen uns dem Gegner unglaublich schwer. Das haben wir auch geschafft. Wir haben eben eine sehr gute Offensivabteilung, die fast in jedem Spiel ein Tor schießt. Ja, und das macht es im Moment auch. Herr Kumpen, nach 10 Spielen, nach 10 Spielen 18 Punkte, ist ja schon eine gute Leistung jetzt. Da kann man ja schon beruhigt Richtung Winterpause denken, oder? Ja, was heißt beruhigt? Also, da war es immer so, und ich habe es auch von Anfang an gesagt, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt inzwischen auch geschafft haben. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anguckt, dann mischen wir oben mit. So, wir wollen weiter siegen, mal gucken, wo es landet. Nächste Woche ein Heimspiel. Ich glaube, zu Hause in Portsnacht können wir einfach jeden schlagen. Es ist einfach so, die Stimmung, die da herrscht, die Zuschauer am Rücken, ist immer was möglich. Und ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ganz wichtig, wir wollen gucken, dass wir von unten wegbleiben und uns jetzt einfach oben da vielleicht auch ein bisschen festbeißen. Weil die Gegend ist deutlich interessanter und macht einfach mehr Spaß. Und ich glaube, dafür spielt jeder Fußball, so weit es geht, nach oben. So ist es eben. Tim Kumpens zum heutigen Spiel beim Aufsteiger in Hohenstammeln und schaut natürlich sehr optimistisch jetzt nach vorn in den nächsten Wochen. Platz 5 nach 10 Spielen. Was will man mehr in der Eifel? Und die Zuschauer freuen sich auf das nächste Heimspiel. Vielen Dank und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.